ICC Farbmanagement in InDesign. Ich möchte wissen, welches CMYK-Profil oder zu gut Deutsch welches ZMÜG-Profil dieses InDesign-Dokument denn eingebettet hat. Ich habe schon häufig gesehen, dass die Leute dann auf Bearbeiten gehen, Farbeinstellungen und in dem Fall wäre es das Coded Fogra 39. Meine Damen und Herren, das ist leider falsch. Und zwar Farbeinstellungen, das bestimmt nur, was das nächste neue Dokument für ein Profil eingebettet bekommt. Mein Dokument, das bereits angelegt ist, hat nämlich ein komplett anderes ZMÜG-Profil eingebettet. Ich zeige Ihnen das über Bearbeiten, in Profil umwandeln, habe ich da oben die Quelle, Quellfarbraum. Und das, was jetzt da bei CMYK-Profil steht, das ist das Profil, das mein InDesign-Dokument eingebettet hat. Zusatztrick. Verlassen Sie den Dialog nie mit OK, denn auf diese Tour InDesign-Files umwandeln, das macht höchst selten bis nie Sinn. Also einfach abbrechen und wieder raus.